Kurz vor dem Server-Slam-Wochenende in Diablo 4, das ja vom 12. bis zum 14. Mai stattfindet, wollen sich die Entwickler nochmal in einem Entwickler-Livestream zu Wort melden. Und zwar am Mittwoch vor dem Server-Slam, am 10. Mai um 20 Uhr deutscher Zeit. Und dieser Entwickler-Livestream könnte dieses Mal tatsächlich nochmal ziemlich interessant werden. Denn die Themen, die das Entwicklungsteam dieses Mal anspricht, sind zum einen die Seasons, Kosmetische Gegenstände und der Battle Pass. In Bezug auf die Seasons ist sicherlich nochmal interessant zu hören, wie lange so eine Season jetzt endgültig dauern wird, wie sich vielleicht das Ganze inhaltlich auch von den Seasons in Diablo 3 unterscheidet und vor allem auch, ob der Battle Pass an die Seasons geknüpft ist. Ich persönlich gehe zwar schwer davon aus, dass die Battle Passes immer an die Seasons geknüpft sein werden, aber vielleicht handhabt Blizzard das Ganze auch anders und man kann den Battle Pass in seiner eigenen Geschwindigkeit spielen. Es wird sicherlich auch nochmal interessant sein zu sehen, was denn nun konkret die kosmetischen Gegenstände sein werden. Letzten Endes sind das ja die Gegenstände, für die wir dann wahrscheinlich auch Echtgeld bezahlen können und von daher würde ich schon gerne den einen oder anderen Screenshot oder vielleicht auch das ein oder andere Video sehen, um eben zu schauen, was Blizzard uns dort anbietet. Und vor allem, ob es wirklich bei kosmetischen Gegenständen bleibt, die man für Echtgeld erwerben kann. Blizzard versprach ja, dass dieses ganze Mikrotransaktionssystem eben nicht Pay-to-Win sein soll. Wenn man sich allerdings mal den Battle Pass anguckt, beziehungsweise die verschiedenen Arten des Battle Passes, dann gibt es zumindest beim Battle Pass eine Pay-to-Progress. Denn der Battle Pass wird zumindest jetzt in der Vorbestellung anhand der verschiedenen Editionen in zwei verschiedenen Varianten angeboten. Ganz so, wie man es eben auch von einem Battlefield oder von einem Call of Duty kennt. Nämlich zum einen natürlich der kostenlose Battle Pass, also der, den jeder Spieler haben wird, in dem es tatsächlich dann auch Gegenstände geben soll, die den Charakter boosten. Also was weiß ich, ein Erfahrungsboost oder ähnliches. Aber das free for all. Dann haben wir natürlich noch den Bezahl-Battle Pass, also den, für den wir dann am Ende 20 bis 30 Euro bezahlen werden. Und aber auch, wenn man auf die Ultimate Edition guckt, noch den Battle Pass mit 20 Stufensprüngen. Letzten Endes funktioniert ein Battle Pass ja so, dass ihr diesen Battle Pass sozusagen levelt. Und in der Regel haben die Dinger 100 Level. Pro Level bekommt ihr dann immer einen Gegenstand. Also wie gesagt, in der Bezahlversion nur kosmetische. In der frei für alle Version, denn vielleicht eben auch ein Erfahrungsboost oder so. Und wenn ihr das Spiel spielt, schaltet ihr halt ein Level nach dem anderen frei. Ganz so, wie ihr eben auch euren eigenen Charakter levelt. In der Ultimate Edition ist, wie gesagt, dieser erweiterte Battle Pass drin, bei dem ihr die ersten 20 Level geschenkt bekommt. Ich denke mal, dass es im weiteren Verlauf des Spiels, wenn es neue Battle Passes geben wird, auch so sein wird, dass immer diese zwei Bezahlvarianten angeboten werden. Einmal eben der normale Battle Pass und dann nochmal der erweiterte Battle Pass, bei dem ihr die ersten 20 Stufen überspringt und sofort alle Inhalte bis Stufe 20 bekommt. Wie gesagt, das Ganze ist schon so ein bisschen Pay-to-Progress, aber man kennt es so auch von anderen Battle Passes aus anderen Spielen. Wichtig hierbei ist dann eben jetzt noch zu wissen, bleibt es einfach nur bei diesem Pay-to-Progress beim Battle Pass oder versteckt Blizzard vielleicht dann doch, Diablo Immortal lässt grüßen, sag ich mal, noch andere Pay-to-Progress-Geschichten in den Mikrotransaktionen. Von daher definitiv ein wichtiger Stream, den man nicht verpassen sollte. Das Ganze werde ich hier auf dem Kanal natürlich auch live kommentieren. Also, wenn ihr dazu noch einen deutschen Kommentar haben wollt, dann schaut auf jeden Fall am Mittwoch, dem 10. Mai, hier auf dem Kanal vorbei. Da schauen wir uns das Ganze dann gemeinsam an. Was würde euch im Livestream am meisten interessieren? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.